Moin vom Gnadenhof Brödel. Ja, die Temperaturen haben uns auch ganz gut im Griff, sind ja teilweise über 30 Grad. Das heißt, die Tiere, die haben tierischen Durst. Am Tag gehen hier locker mal so an die 500 Liter weg, so an allen Standorten. Eine kleine Herausforderung ist, wir haben bei den meisten Flächen keinen Wasseranschluss. Das bedeutet, wir schleppen das Kühlenass hier in diesem Kanistern dahin. Ist aber auch okay, ist ganz, ganz gute Maloche, aber hält auch fit. Und wie man gleich in dem Video sieht, die Tiere freuen sich total. Über zweimal am Tag jede Menge frisches und kühles Wasser. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Das ist die kleine Nika und Nika würde sich sehr freuen, wenn ihr das Video mit einem Like verseht. Vielleicht sogar unseren Kanal abonniert, da könnt ihr jede Menge sehen über unsere Projekte mit Tieren, über Projekte des Natur-, Klima- und Artenschutzes. Vielleicht kommentiert ihr das Video sogar oder setzt ein Like drunter. Wäre total nett. Dankeschön.